Kann uns ein neuer Fach geschenkt werden, wo wir so Schreckliches zu leben haben, auch in Hessen wurde, in Ukraine, bei 90 Jahren erschrecklich unter Druck. Und wie es gewohnt sei, wie wir am letzten Samstag im November, wie es in Ulo do Boa Katastrophe und Bedenken, der Verstorbenen zu bedenken des Leidens des ukrainischen Volkes und hoffen uns, unsere Gebete an Gott zu richten. Das ist das Nicht-Wiederholung. Wir sind in einer Situation, wo selbst der Bart, wie es gestern gesagt hat, an das Geschehen des Volodoboas auch in diesen letzten Wochen und Monaten es fast kleinsetzt. Musik 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 Was die Menschen in der Ukraine erleben, ist eine wahre Agütie. Nur wer die Vergangenheit mit hoffen Augen getragen hat, kann für die Zukunft lernen. Nur wer ein Übel bei seinem Namen nennt, kann verhindern, dass er sich wiederholt. Dies gilt auch für den Holidom, für die Hungersnot in der Ukraine, die von der sowjetischen Führung des Stalin 1932 gezielt herbeigeführt und über drei kalte Winter hinweg, bis ins Jahr 1934, krankblütig aufrechterhalten. Ziel des sowjetischen Vaters war es, so viele Ukrainerinnen und Ukrainer wie möglich töten zu lassen und den Rest unseres Volkes sind nie und zur Abkehr von seiner eigenen Geschichte und kultureller Identität zu zwingen. In der Suche russischer Machthaber, ganz britischer aus Geschichte und Gegenwart zu dienen, haben seit 100 Jahren eine ebenso klammige wie erfundenlose Tradition. Und ich versichere ihnen, auch Putin wird sie schreiten. Wir haben viele Millionen von ihnen zu verhindern. Aber wir leben noch einmal. Wir leben noch einmal. Aber wir wollen, dass wir leben und wir leben. Wir leben leben. Du bist unser Leben. Du kannst dir helfen. Du kannst dir die Freiheit für die Ukraine. Die Freiheit für die Freiheit. Du kannst dir helfen. Du kannst dir die Freiheit für die Freiheit. und nicht darauf gelaufen von uns zu einer alten Wesen, Geil uns also zu den Menschen, Geil ein herzliches Leben, um uns zu halten. Geil und Muziek zu�itern! Geil und Heil Ier Jesu Heil. Etan von Gott sei hebt und Gott, und Heil Ier. Господин Lord, Gott barb. Ich schaffst. Wie schaffst du dich in die Welt, Die Kirche, Herr, die Kirche, und der die Kirche, der der Kirche, am Rettendsten, mit ihm zu den Kirchen und die Kirche und die Kirche. Amen.